Ich habe mit der Fotografie eigentlich sehr naiv begonnen. Und je mehr ich fotografiert habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass eigentlich immer weniger daran interessiert war, also mein eigenes Innenleben zu zeigen. Sondern ich war mehr daran interessiert, über die Welt zu sprechen, die sich außerhalb von mir befindet. Mein großes Hauptthema ist die Geschichte. Und ein gewisses Problem zwischen dem persönlichen Erleben des Individuums und dem Phänomen der Geschichte der Gemeinschaft, also wie Leute zusammenleben. Von daher kam dann auch mein Interesse an die Stadt, weil die Stadt ein Phänomen ist, was sie jeden betrifft. Ich habe bis heute vielleicht ungefähr in 50 Städten fotografiert, von denen manche eine besonders wichtige Rolle spielen in meinem Werk. Zu denen gehören zum Beispiel Neapel und Rom. Neapel spielt eine besondere Rolle für mich, weil die Geschichte da präsent ist, über viele Jahrhunderte hinweg im alltäglichen Gebrauch. Also die Menschen leben noch in Straßen, die einfach mittelalterlich sind, 13., 14., 15. Jahrhundert. Und könnte man sagen, dass Neapel vielleicht städtebaulich chaotisch entstanden ist. In Rom ist sozusagen ein ganz anderes Element der staatlichen Repräsentation, was schon seit 2000, 3000 Jahren eine große Rolle spielt. Und das ist ein gewisser Gegensatz zu Neapel. Die Straßen stehen für mich das Unbewusste der Menschen aus. Und ich glaube, die Lehre der Straßenszenen hat schon etwas damit zu tun mit dem sogenannten Tatort. Also wie ja von Walter Benjamin auch beschrieben wurde, dass man sagen kann, die Straßen sind da und die Städte, in denen die Menschen gelebt haben, in der sie ihre Geschichte abgebildet haben, die kann man lesen. Die Schauspieler sind gerade abgetreten von der Bühne für eine halbe Stunde oder für einen halben Tag. Und die Bühne, die aber von allen Menschen selbst gemacht ist, die da leben, die steht gerade zur Betrachtung frei. Und für mich ist es auch wichtig, die Orte zu zeigen in einer gewissen geschichtlichen Verankerung. Weil das für mich als Deutscher ein gewisses Problem gewesen ist, 1954 geboren zu sein, wo man in der Umgebung damit konfrontiert war, dass im Faschismus und im Krieg die Geschichte gebrochen wurde. Die meisten der Straßenfotos sind schwarz-weiß, weil es sich dabei um Abstraktionen handelt. Die Bilder sind ja auch nicht so groß. Das heißt, die Formate sind so 50 bis 60 Zentimeter in dem tatsächlichen Abzug und es geht dabei eigentlich um so eine Art Text, der gelesen werden soll. Und dann, man könnte auch vielleicht noch sagen, dass in diesem kleinen schwarz-weiß-Format ein besonders intensiver Fokus stattfindet. Es ist eben wie ein Brennglas. Es ist nicht nur ein Fokus des Lichtes, es ist auch ein mentaler Fokus. In den Bildern der chinesischen Straßen und auch der japanischen Straßen tauchen zu einem gewissen Zeitpunkt dann Menschen auf, weil das öffentliche Leben in den asiatischen Städten eben doch sehr stark auf der Straße stattfindet. Und manchmal ist es auch einfach wichtig, sich von der Natur der Materie überzeugen zu lassen. Das heißt, mit anderen Worten, es wäre nichts unsinniger, als in einem asiatischen Land darauf zu beharren, auf leere Straßen warten zu wollen. Hier war ich 1987 in dem Stadtteil Shibuya in Tokio in Japan, der mich besonders interessiert hat durch die Vermischung von Werbeflächen mit architektonischen Elementen. Ich habe in demselben Jahr, weil eben die Farben dabei eine große Rolle spielen, auch angefangen, den Platz in Farbe zu fotografieren, weil die selbst so eine ganz vehemente und präzise Modellfunktion hat für die zeitgenössische Welt. Ich bin dann von den Architekturfotos, von den Straßenbildern doch dann schlussendlich auch zum Porträt gekommen. Außerdem war meine Idee von Porträt immer noch auch nicht nur die Oberfläche darstellen zu können, sondern auch so eine gewisse These zu wagen oder einen bestimmten authentischen Moment der abgebildeten Person aufzuzeigen, in irgendeiner Art und Weise von dem Betrachten meines Fotos dann lesbar ist. Man könnte sagen, die Ausstrahlung der Person interessiert mich oder überhaupt der Zustand, in dem sich die Person gerade befindet, die ich fotografiere. Das heißt, ich fotografiere nicht unbekannte Leute in der Straße, sondern ich fotografiere Leute, die ich vorher schon mal getroffen habe und nicht vor denen ich mir ein Bild gemacht habe, wie ich die empfinde. Und während die sich von mir fotografieren lassen, ist deren innerer Gemütszustand ja auch immer in Bewegung, weil man auch, wenn man hinterher viele negative, viele Kontakte zugeguckt, von derselben Situation, dann kann man erkennen, bei manchen Bildern waren die Leute gerade in dieser Minisekunde gar nicht im Raum. Die waren irgendwo anders. Darüber hinaus finde ich wichtig, dass die Leute einen gewissen Schutz haben. Das heißt, die gucken ja auch immer in ihr Objektiv und wissen, dass sie jetzt fotografiert werden und haben demgegenüber eine gewisse Stärke und eine gewisse Stabilität in der Zone, in der sie sich gerade befinden mit sich selbst. Diese Fotografie zeigt Hanna Erdrich Hartmann und ihre Tochter Janne-Maria Hartmann im Jahre 1987. Die Janne-Maria Hartmann war da vielleicht über fünf Jahre alt und in gewisser Weise wird da so eine Art von Schutzfunktion, die die Mutter eigentlich für das Kind hat, so ein bisschen umgekehrt. Die Tochter lehnt so den Arm um den Hals der Mutter und man hat so einen ganz offenen Augenblick der Frau und das Mädchen schaut so etwas nachdenklich und zum Teil daher, weil es vielleicht noch nicht genau weiß, was eigentlich passiert. Weil man dabei bedenken muss, dass die Personen stehen und vielleicht in einem Abstand von 50 Zentimeter, von einem halben Meter zum Objektiv sich befinden und diese Nähe natürlich mit mir, dem Fotografen und dem Apparat aushalten und trotzdem einen gefassten Ausdruck ihres emotionalen Zustandes präsentieren. Dieser Ausdruck ist natürlich immer von negativ zu negativ extrem verschieden. Hier kann man ein anderes Bild aus derselben Sitzung sehen, wo das Mädchen ein bisschen abwesender ist und die Mutter hat auch so einen Blick, der so etwas zu nachgiebig erscheint oder zu sehr von der Situation, wo sie sich befindet, weggeht. Darum habe ich das ausgeschlossen. Dann in dem Prozess des Zusammenseins in der Zeit entwickelt sich dann eben manchmal erst die Idee oder es kommt eine Atmosphäre zustande, wo ich eine Idee habe, wie eigentlich der richtige Ausschnitt ist und die Personen fallen auch für ihr eigenes Gefühl in den Platz, den sie gerne einnehmen möchten. Ich habe mich in dem Bereich der Porträtfotografie hauptsächlich mit Familienporträt beschäftigt. Das ist immer für mich ein Themenbereich, der sich darauf bezieht, dass die Familie etwas ist, was keiner vermeiden kann. Das heißt, dass die historischen Gegebenheiten für jeden Menschen, die sind auch von der Familie sehr geprägt. In zwei verschiedenen Serien, die ich gemacht habe, in den Museumsfotos und auch in den Fotos von religiösen Schauplätzen, die Personen, die ich da abbilde, die sind sozusagen Stellvertreter für die Betrachter meiner eigenen Bilder. Die Auswahl dieser speziellen Museumsbesucher, die spielt dabei eine ganz besondere Rolle in einer bestimmten Verwandtschaft zwischen dem Aufscheinen der Personen in den Gemälden und den Personen, die dann vor diese Bilder treten. Vor meinem Fotoapparat, wenn da sich keine Verwandtschaft herstellt, dann sind die Fotografien einfach nichts, dann wird es kein Bild. Die Kirchen sind Orte, an denen die Kunstwerke, die man an diesen Orten sieht, an den originalen Schauplätzen sind. Das heißt, mit anderen Worten, da hat man so eine Art von authentischer Verankerung, wo man noch nicht so einen Widerspruch hat von den Werken und ihrer Verwertung in Museen oder in Büchern oder so. Das ist auch vielleicht so ein bisschen oder ein Meilenstein im Umgang der Menschheit mit Bildern. Man könnte sagen, vorher gab es ja noch einen anderen Vorgang, da waren ja Bilder sogar religiöse Gegenstände, die sind dann in der Renaissance, da gab es dann den Prozess, wo sich das auflöste. Also wo die Bilder zwar noch religiöse Funktionen hatten, aber eben nicht mehr als heilige Gegenstände selbst betrachtet wurden. Und insofern ist das auch so eine historische Umbruchzeit. Die Aufnahmen von Landschaften und Pflanzen, die waren für mich eine Art von Befreiung von den bildlichen Maßstäben, denen ich vorher gefolgt bin. Und das war nochmal, könnte man sagen, nach den Straßen, den Familien, den Museen, war das nochmal ein Eintauchen in eine noch tiefere Dimension des Lebens. In den 90er-Jahren sind praktisch schon eine Dekade gewesen, wo der politische Konflikt zwischen Ost und West sich auflöste. Es ist eigentlich wieder so, als wenn wir ganz von vorne anfangen. Wie wollen wir leben und was sind die Modelle des Paradies, die das wir uns wünschen? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich Futter 4, das Paradies in Form vom Dschungel. Der Dschungel ist da, die Basis, aber wir sehen nicht, was wir machen sollen. Das ist so eine Art Metapher. Ich habe dann lange nach einem Namen gesucht dafür und fand dann Paradiese eine passende Bezeichnung. Auch das sollte eine gewisse Ironie haben. Da scheint mir aber heute grundsätzlich die Fähigkeit, Futter 5 zu lesen, noch nicht so besonders ausgebildet. Und darum ist es in den Bildern auch wichtig, möglichst genaue Sprache zu sprechen, um nicht missverstanden zu werden. Das ist die Stimme, die Welt-Erinheit. So, wenn wir jetzt in die Polizei kommen, wenn wir heute, die in der Ring-Gateien-Ite haben, Das ist die Stimme, die wir in der Runde-Goen, die in der Runde-Goen, die in der Runde-Be背景, die in der Runde und der Runde-Goen nähe. Das gilt für den Runde-Junsch,